Die Bundesliga-Saison 23-24 ist beendet und dementsprechend gibt es wie jedes Jahr wieder mein Team der Saison, die elf Spieler, die meiner Ansicht nach am besten performt haben, natürlich nach ihrer Position aufgeteilt, so dass es formationstechnisch zumindest im Ansatz Sinn ergibt, wenn die so auch in Wirklichkeit zusammenspielen würden, aber ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein und was die Formation angeht, stelle ich in einem 4-2-2-2 auf. Im Tor steht bei mir, kann ich auch schon mal vorwegnehmen, der einzige BVB-Spieler mit Gregor Kobel, der ihnen häufig den Arsch gerettet hat, vor allem in der Hinrunde, war vor allem gewohnt stark auf der Linie, hat auch statistisch gesehen von allen Torhütern die zweitmeisten Tore verhindert, was vor allem bei einem Top-Klub ein echt starker Wert ist. Das bringt mich auch gleich dazu, wie bei allen Positionen, über ein paar Alternativen zu reden, beziehungsweise über die Spieler, die sich zumindest eine Erwähnung verdient haben. So hat zum Beispiel ein Zetterer statistisch die meisten Tore verhindert, wurde aber ja auch erst im Laufe der Saison die Nummer 1 bei Bremen. Oliver Baumann war auch recht stark, vor allem bei der schlechten Defensive, die er vor sich hatte, hat dann aber gegen Ende der Saison nachgelassen, auch selbst das ein oder andere Mal gepatzt. Radetzky und Nübel kann man noch erwähnen, die konstant gut waren, aber auch denen sind hin und wieder Fehler unterlaufen und man kann auch noch Renault erwähnen, der zwar in der zweiten Saisonhälfte gewohnt stark agiert hat, aber gerade in der Anfangsphase in der Krise mit Urs Fischer selbst auch nicht auf seinem gewohnten Niveau agiert hat. Rechts hinten ist die Lage für mich eigentlich relativ klar mit Jeremy Frimpong, da gibt es natürlich auch mit Henrichs und Weiser zwei gute Alternativen, die vor allem auch konstant gut geliefert haben. Aber halt nicht auf dem Niveau von Frimpong, der hier auf jeden Fall gesetzt sein muss. Auch die Innenverteidigung können wir eigentlich schnell abhaken. Mein Duo besteht da aus Jonathan Tah und Waldemar Anton, also jeweils der herausragende Verteidiger von den zwei besten Mannschaften Deutschlands. Nico Schlotterbeck war noch relativ nah dran, aber da sind es für mich vor allem die Leistungen in der Champions League, die herausstechen. Ansonsten hast du noch Tabso Bar und Kosonu von Leverkusen, von Stuttgart kann man auch über Ito sprechen. Und ansonsten gibt es auch noch Bernardo von Bochum, Friedl von Bremen und Meinka von Heidenheim, die allesamt eine konstant gute Saison gespielt haben, aber halt nicht auf dem Niveau von einem Tar oder Anton. Linksverteidiger ist bei mir Alejandro Grimaldo, der meiner Ansicht nach auch der beste Spieler der Saison war. Also könnte man meinen, dass es auch eine relativ leichte Wahl war, aber so leicht war die nicht, weil er echt starke Konkurrenz hatte mit einem Maxi Mittelstedt vom VfB, bei dem ich auch lange überlegt habe, ob ich ihn doch reinpacke, Grimaldo dann auf einer anderen Position, entweder im Mittelfeld oder eins weiter vorne. Aber letztendlich hat es nicht ganz gereicht, aber dennoch muss ich hier seine starke Saison hervorheben. Zudem darf er mit seinen Flanken bei Leipzig auch eine ganz solide Saison gespielt. Ich habe mich für eine klare Doppelsex entschieden und einer der Sechser ist natürlich absolut gesetzt mit Granit Xhaka, der über die komplette Saison hinweg einfach übertrieben krass performt hat für Leverkusen, sowohl als Leader, aber auch mit seiner Leistung, die meisten Ballaktionen von allen Spielern der Liga. Der muss hier auf jeden Fall rein, aber auch sein Pendant aus Stuttgart hat es reingeschafft mit Angelo Stiller. Bei ihm gilt das gleiche wie bei Xhaka, letztendlich wollte ich ihn einfach unbedingt drin haben. Alternativ kann man natürlich noch deren jeweiligen Partner nennen, zum einen mit Palacios von Leverkusen, der aber ein bisschen zu lange verletzt war, sonst wäre er hier definitiv auch irgendwie drin gewesen. Keine Ahnung, wie ich den noch hätte unterbringen können, aber irgendwie hätte ich es schaffen müssen. Andererseits der Partner von Stiller mit Karasor. Außerdem muss man Kimmich jedes Mal zumindest erwähnen, sofern er es nicht rein schafft. Ich wusste jetzt nicht genau, ob als Rechtsverteidiger oder Sechser. Natürlich war das nicht die überzeugendste Bayern-Saison, aber Kimmich liefert halt dennoch immer stabile Leistungen und Zahlen ab, weshalb ich ihn ja zumindest erwähne, genauso wie Meloni von Heidenheim, der da wirklich auf der Sechs immer wieder alles abgeräumt hat. Kommen wir zu den zwei Zehner-Positionen. Einer ist natürlich gesetzt wie bei jedem, der ein Team of the Season zur Bundesliga macht und das ist natürlich Florian Wirz, muss ich auch nicht allzu viel zu sagen, ist komplett verdient. Aber bei seinem Partner wird es deutlich interessanter, denn dessen Saison ist noch nicht mal beendet, weil er beim VfL Bochum spielt und somit noch Relegation spielen muss mit Kevin Stöger. Ich sage es immer wieder, der Mann ist dermaßen underrated für Bochum enorm wichtig. Ich glaube, ohne den wären die direkt abgestiegen und hätten überhaupt keine Chance. Der ist hauptverantwortlich für alles, was in deren Offensivspiel läuft und musste für mich hier rein, unabhängig von der Tabellenplatzierung von Bochum, tatsächlich wieder rein, denn er war auch letzte Saison in meinem Team der Saison. Damals war er wahrscheinlich noch mehr unter dem Radar. Mittlerweile wird schon mehr wahrgenommen, wie stark er ist, aber trotzdem finde ich, dass er immer noch viel zu wenig Anerkennung bekommt. Andere Zehner, die man noch nennen kann, wären Julian Brandt, Mio vom VfB, Hofmann, bei dem halt die Hinrunde echt stark war, die Rückrunde hat er deutlich nachgelassen und auch Xavi Simmons. Dementsprechend ergibt sich aus der Formation heraus, dass ich keine Flügelspieler in meinem Team der Saison drin habe, dennoch muss man hier natürlich ein paar erwähnen, die echt eine gute Saison gespielt haben. Vor allem auf dem linken Flügel gibt es mit Jannik Lasbeste und Chris Führig zwei Spieler, die es auch absolut verdient hätten, drin zu sein, bei denen es aber knapp nicht gereicht hat. Bei den Spielern auf dem rechten Flügel war es nicht ganz so knapp, dennoch muss man hier ein paar erwähnen, zum einen mit Franck Honorar von Gladbach, vor allem dank dessen starken Standards, einen Erndingji von Heidenheim, vor allem dank dessen starker Schusstechnik, ein Litz Dorn von Freiburg, der vor allem in der Rückrunde deren Lebensversicherung war, aber vor dem Asien Cup jetzt auch nicht allzu stark performt hat. Das umgekehrte Phänomen gab es wieder einmal bei Leroy Sané, der in der Hinrunde absolute Weltklasse war und in der Rückrunde kaum noch glänzen konnte. Gehen wir über zum Doppelsturm, den ich auch direkt doppelt auflöse, mit Harry Kane und Zeru Gerasi, die alleine aufgrund der Masse an Toren beide hier rein müssen. Nichtsdestotrotz haben sie enorm gute Konkurrenz mit einem Demirovic, bei dem ich auch kurz davor war, ihn irgendwie reinzupacken, aber er hat schon auch ein bisschen nachgelassen gegen Ende der Saison, weshalb ich ihn dann doch außen vor gelassen habe. Genauso wie Omar Mamouche, ein Dennis Undaff, der auch noch zu Beginn der Saison raus war, ansonsten hätte man da auch noch eher drüber diskutieren können. Ein Bonnie-Face war natürlich vor der Verletzung stark, Openda muss man erwähnen, Füllkrug war meiner Meinung nach auch richtig stark und vor allem enorm wichtig für das Dortmunder Spiel, nicht nur was Tore angeht, sondern auch Vorlagen. Jonas Wind kann man noch erwähnen, Tim Kleindienst und auch Maxi Bayer. So sind es im Endeffekt fünf Leverkusen-Spieler, drei Stuttgart-Spieler, einer von Bayern, einer von Dortmund und dann tatsächlich auch noch einer von Bochum. Vom Verhältnis her mag ich das eigentlich nicht, wenn da so viele von einer beziehungsweise zwei Mannschaften dabei sind. Allerdings finde ich es in dieser Bundesliga-Saison absolut gerechtfertigt, da diese zwei Mannschaften mit Leverkusen und Stuttgart halt einerseits enorm herausstechen und andererseits die anderen Mannschaften nicht so stark performt haben außerhalb der Top 5 und selbst innerhalb der Top 5 haben Dortmund und Leipzig auch nicht vollends überzeugt, weshalb diese Wahl für mich völlig klar geht. Ich habe das Team mal mit dem verglichen, was ich nach der letzten Saison gemacht habe. Interessanterweise sind drei Spieler gleich wie im Vorjahr mit Kobel, Frimpong und Stöger. Ich habe es euch hier mal eingeblendet. Außerdem habe ich auch ein Team der Hinrunde gemacht. Im Vergleich zu dem waren tatsächlich sechs Spieler gleich. Wenn wir mal drüber schauen, waren interessanterweise Spieler wie Xhaka, Ta oder Stöger nicht dabei, die ihr Niveau aber über die komplette Saison hinweg konstant gehalten haben, während Spieler wie Kosonu oder Sané ihre extrem starken Leistungen aus der Hinrunde nicht aufrechterhalten konnten. Das soweit mein Team der Saison aus der Bundesliga. Natürlich ist das Ganze subjektiv. Ihr könnt bei allem eine andere Meinung haben und genau die interessiert mich jetzt auch. Schreibt mir gerne euer Team der Saison in die Kommentare oder auch Spieler, die ich vergessen habe. Würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst mir gerne auch ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.